Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute wieder eine Eilmeldung zur kommenden Limited Edition von Kobi. Zum Anfang eines Monats startet bei Kobi immer die Vorverkaufsphase der neuen Limited Edition und zum Ende des Monats werden die vorbestellten Sets dann ausgeliefert. Dieses Mal findet das Ganze gleich am 1. des Monats statt, am 1.7.2024. Dies ist natürlich nicht immer der 1. des Monats, das kann auch immer mal um ein paar Tage variieren, und damit man dieses Datum nicht übersehen kann, haben wir diese Videos in Form einer Eilmeldung ins Leben gerufen und diese Videos werden von euch sehr gut aufgenommen, dafür schon mal vielen Dank. Wenn ihr also keine Limited Edition bei Kobi mehr verpassen wollt und darüber informiert werden wollt, wann das Ganze losgeht und worum es sich dreht, dann solltet ihr jetzt, falls noch nicht geschehen, ein Abo hinterlassen und die Glocke aktivieren. Stellt ihr die Glocke auf Alle, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung über jedes neue Video vom Steine-Kanal hier auf YouTube und wenn ihr auf Personalisiert schaltet, dann entscheidet YouTube, welches Video euch als nächstes angezeigt wird. Dann schauen wir uns jetzt mal die neue Limited Edition näher an. Dieses Mal im Juli erscheint der Panzerkampfwagen 4, Ausführung H, mit der Set Nr. 2591. Dieses Set wird im Maßstab 1 zu 28 gebaut aus 1310 Teilen. Insgesamt sind drei Minifiguren hier enthalten. Zwei davon sind exklusiv für dieses Set. Eine Minifigur haben wir auch in einem anderen Set, denn zur Limited Edition gibt es auch eine Art Standard Edition, die weicht von der Optik etwas von der Limited Edition ab. Die Standard Edition ist dann hier die 2592, der Panzerkampfwagen 4, Ausführung G. Dieser wird aus 1100 Teilen gebaut und eine Minifigur ist enthalten, nämlich hier der Panzerfahrer, der ist natürlich auch in der Limited Edition mit dabei. Daneben gibt es dann noch eine Executive Edition, und zwar den Flakpanzer 4 Wirbelwind mit der Set Nr. 2593. Dieser wird dann aus 1194 Teilen gebaut. Hier ist auch eine Minifigur mit dabei. Die Limited Edition selbst, die bekommt ihr nur bei Kobi selbst in den offiziellen Online-Shops. Die Standard Edition und auch die Executive Edition, die könnt ihr auch bei anderen Händlern und Online-Shops erwerben, die Kobi-Produkte führen. Diese Shops sind aktuell kubitoys.de, kubi.eu und kubi.pl. Wobei man bedenken sollte, dass jetzt gerade erst kubitoys.de und kubi.pl neu aufgesetzt wurden. Also es ist eine komplett neue Shop-Software. Ich habe mal geschaut bei kubitoys.de. Dort könnt ihr euch, falls vorhanden, auch mit eurem bisherigen bestehenden Account einloggen. Kubi wird sicherlich versuchen, das Set auf allen Shops gleichzeitig anzubieten. Das hat in der Vergangenheit nicht immer geklappt. Habt also am besten, wenn ihr euch eine niedrige laufende Set Nr. sichern wollt, am besten drei Tabs offen mit jedem dieser Shops und seid auch in jedem Shop bereits schon angemeldet, damit ihr das dann nicht beim Kauf erst noch machen müsst. Der Preis der neuen Limited Edition, der ist noch nicht bekannt, da das Set noch nicht sichtbar in den Online-Shops angelegt wurde. Wenn wir das jetzt aber mal mit der letzten Limited Edition im Maßstab 1 zu 28 und ähnlicher Teileanzahl vergleichen, dann wird auch hier der Preis sicherlich wieder um die 115 Euro herumliegen. Wobei ihr während der Vorbestellerphase in der Regel 10% auf den Vorbestellerpreis erhaltet. Schauen wir uns das Set selbst einmal etwas näher an. Wie gesagt, 1310 Teile und drei Minifiguren sind enthalten. Ihr habt wieder einen baubaren Motor, wie bei den meisten 1 zu 28 Modellen in letzter Zeit. Diesen könnt ihr auch entnehmen und hier auch auf einen separaten Sockel stellen, der sogar auch ein eigenes Typenschild hat. Das Modell selbst hat natürlich auch wieder ein schwarzes lasergraviertes Typenschild mit der fortlaufenden Nummer, die ihr angibt, in welcher Reihenfolge ihr das Set erworben habt. Daneben gibt es natürlich auch wieder ein Zertifikat mit der fortlaufenden Nummer und der Unterschrift des CEOs von Kobi. Das Set ist pad-printed, ihr habt also keinerlei Aufkleber, alle nötigen Teile wurden bedruckt. Im Gegensatz zur Standard Edition mit der Set Nr. 2592 habt ihr bei der Limited Edition einmal links und rechts die Seitenschürzen und auch der Turm verfügt hier nochmal über eine extra Panzerung. Aufgebaut ist das Modell mit Rohr nach vorne, 25,5 cm lang, 11 cm hoch sowie 13,5 cm breit. Und wie bereits auch bei den vergangenen Tiger 1 Modellen habt ihr hier auch unter dem Turm wieder ein baubares Innenleben. Einige Teile sind natürlich wieder beweglich, wie hier diverse Lupen. Hier die drei enthaltenen Minifiguren, ganz rechts der Tank Commander, der ist nicht exklusiv in diesem Set, den gibt es auch wie gesagt in der Standard Edition. Links daneben haben wir dann die beiden exklusiven Fallschirmjäger. Die Information, die ihr hier seht, findet ihr übrigens auch auf unserem Blog auf steine-kanal.de. So, was haltet ihr von der Limited Edition bzw. auch von der Standard Edition und der Executive Edition? Ist da ein Set für euch dabei oder sogar gleich mehrere? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Den Flaggpanzer 4 Wirbelwind, den könnt ihr aktuell auch in meinem Onlineshop auf trendgames.de vorbestellen mit einer Rabattierung gegenüber der UVP. Die Veröffentlichung dieses Sets ist aktuell für den 30.07.2024 geplant. Ebenso der Panzerkampfwagen 4 Ausführung G mit der Setnummer 2592. Diesen findet ihr ebenfalls auf trendgames.de. Diesen könnt ihr auch rabattiert gegenüber der UVP bei mir vorbestellen. Das Set soll aktuell am 12. August 2024 veröffentlicht werden. Die Onlineshops von Kobi, so wie auch mein, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. So, dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!